Oh man, die letzte Folge ist jetzt wirklich schon etwas hier, aber was soll's, Hauptsache es kommt überhaupt wieder etwas und wenn man mal oben hier die Uhrzeit betrachtet, versuche ich schon mein Bestes, um da wieder aufzuholen. Ich weiß gar nicht, wo bin ich jetzt überhaupt, ah, Story. Was für ein Sieg! Die Schlacht ist vorbei? Es gibt keine zweite Angriffswelle? In Iñigmaraka, Nayanarom, Kamkaluankamanik. Bringt den Gefangenen herein! Ich werde nicht flehen. Meine Verbündeten werden schon bald kommen. Ihr habt euer Leben riskiert, um ein Volk vor dem Verrat dieses Mannes zu retten. Ich lege sein Schicksal in eure Hände. Er hätte mich töten können, aber er hat es nicht getan. Sorg dafür, dass ihm nichts geschieht. Ich bin froh, dass es auf diesem Planeten noch Ehre gibt. Eine weise Wahl. Führt ihn ab! Mein Freund, ich bitte euch, auf diesem Planeten im Namen des Hauses Organa zu handeln. Werdet ihr für unsere Sache kämpfen? Ich kann mich nicht fest an euch binden. Doch solange eure Sache eine gute ist, werde ich auf eurer Seite stehen. Ich bin euch erneut sehr dankbar. Ich bin erneut sehr dankbar. Ich bin erneut sehr dankbar. Ich bin erneut sehr dankbar. Ihr werdet hier immer willkommen sein. Und der Tag wird kommen, an dem auf Alderaan wieder Frieden herrscht. Bis dahin lasst uns feiern, tanzen und hoffen, dass wir irgendwann eine schönere Zeit erleben. Ich dachte zwar jetzt, das wäre die Story, aber es war ja doch hier nur der Handlungsbogen von Alderaan. Und mit dem bin ich jetzt, so wie es aussieht, durch. Das hier ist meine Story-Mission. Ich muss Militärlabor untersuchen und dann muss ich noch in dem Nebenquest... Die ganze Ausstattung muss ein Vermögen gekostet haben. Die Statuen sind aus echtem Aurodium. Kein Wunder, dass das Imperium darauf scharf ist. In dem Nebenquest halt noch ein paar Tool-Streitkräfte erledigen. So, wo muss ich genau hin? Ach ja, jetzt kommt so langsam die Erinnerung wieder zurück. Als ich hier unten entlang gegangen bin, gab es ja hier irgendwo, glaube ich, einen Questgeber. Und von dem habe ich dann das hier angenommen. Mit dem Bekämpfen dieser Streitkräfte, dieser 15 Heinis. Die kann ich ja jetzt mal schnell machen, dauert ja nicht lange. Ich habe da zwar nicht teilgenommen, aber was sowas. Ich nehme es mit und kann es verkaufen. Ich müsste mal hier im Allgemeinen wieder ein bisschen was verkaufen. Und gut, den Rest behalte ich erstmal noch. Hier muss ich später auch mal rein. Oder war ich nicht hier sogar schon mal drin? Hm. Wie gesagt, es ist schon etwas länger her. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier rum. Dann komme ich hierher zurück und erledige das alles. Also nehme die ganzen Dinge an und dann gehe ich hier oben hin. Ich weiß gar nicht, wann habe ich in die letzte Folge von Star Wars The Old Republic aufgenommen. Das dürfte jetzt auch schon wieder zwei oder drei Wochen her sein. Ich glaube zwei Wochen. Das leckt super. Aber das liegt wohl eher daran, weil ich jetzt an eine Stelle gekommen bin, wo ich heute noch nicht war. Könnte natürlich auch daran liegen, weil ja meine Internetverbindung in den letzten Tagen so schlecht ist. Wobei die Frühs bisher noch nie Probleme gemacht hat. Deswegen nehme ich das auch um die Uhrzeit auf. Noch zwei Gegner, dann habe ich es. Ich will mich jetzt nicht unbedingt mit denen anlegen, weil die ja nicht so leicht zu besiegen sind. Oder weil das halt so stärkere Gegner sind. Da braucht man etwas länger. Das ist mein Lichtschwert. Das ist mein Lichtschwert. Jetzt muss ich jetzt noch so ein Offizier erledigen. Jetzt muss ich noch so ein Offizier erledigen. Der ist natürlich in dem Bereich hier daneben. Ich kann mal was sagen, von dem hier. Das ist mein Lichtschwert. naja klar ach die stehen hier auch zwei kurz warten kurz gucken wie gesagt da ist einer und da oben ist einer da hinten sind auch zwei das auch erledigt haben wir noch mal drei hier ist noch so einer gehe ich doch lieber zu über zu denen wo die schwächeren gegner sind die sind schneller besiegt so da wäre das jetzt auch fertig hier oben lang ja jetzt sagt man hier ich habe gerade für den seinen tod ep bekommen von dem verbündeten den hätte ich bestimmt eh nicht retten können hier 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 Schlachtpläne, das Missionsterminal. Ja, dann muss ich sowieso wieder da hin, dann kann ich das auch per Schnellreise machen. Dann kann ich das da abgeben und dann noch die anderen Missionen annehmen, die jetzt neu aufgekloppt sind, nachdem ich mit dieser Missionsreihe hier auf Alderan fertig war. Ach, Mist, da kann ich den nur wegwerfen. Hab mich sehr gefreut. Dann gebe ich dir jetzt mal so nach und nach die ganzen Geschenke damit. Damit halt wieder Platz in meinem Inventar ist. Ist ich das richtig? Das ist ein Reittier. Ah, nee. Ich hab's ja hier schon. Nehme ich das mit hier runter. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Na gut, damit kann ich nichts anfangen. Oh, na gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Breche ich das wieder ab? Ich glaub, das verkaufe ich. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Wenn ich könnte. Hab mich sehr gefreut. Nun gut, dann werfe ich jetzt die Dinger, die ich nicht benutzen kann, weg. Ich meine, mit dieser galaktischen Season, das mach ich nicht. Geht mal so wie das Ding. Hab ich was aktiviert? Ne, dann kann ich hier mal wieder einen kostenlosen, erheblichen Erfahrungsschub aktivieren. Denn ich werde mit Sicherheit noch die nächste Stunde spielen. Ich weiß, äh, nicht nur die nächste Stunde, sondern schon etwas länger. Ich weiß zwar nicht, warum das hier zweigeteilt ist. Weil es ja eigentlich genau das gleiche ist. Aber, naja. Nun gut. Kann das noch warten, N0? Ich habe noch sieben Bioscans zu erledigen. Die Patrouillen berichten von einem 50-prozentigen Anstieg der Blasterstörungen. In Ordnung. Arrangiere ein Treffen mit dem Oberfeldwebel. Und verdammt, du sollst mir doch sagen, wenn wir Gäste haben. Bestätigt. Ich bin Forschungskommandantin Kaikana Harrod, regionale Leiterin dieses Stützpunktes des Hauses Organa. Und ich bin froh, euch zu sehen. Forschungskommandantin, wie geht es dem Haus Organa? Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Ich habe euren Einsatzbericht über den Wolfbaron und das Haus Thul gelesen. Ich hatte gehofft, dass ihr uns auch hier helfen könntet. Dieses Gebiet diente einst als Sammelpunkt für Angriffe auf das Haus Ulgo. Das Haus, dessen General sich selbst zum König von Alderaan ernannt hat. Ulgo hat uns alle ausgetrickst. Wie wurdet ihr ausgetrickst? Auf Alderaan gibt es eine einheimische Spezies, die Killix. Halbintelligente Insekten mit einem kollektiven Bewusstsein. Das Haus Ulgo hat sie gegen uns aufgewiegelt. Die Käfer schwärmen aus, zerstören unsere Kampfläufer, ganze Bataillone. Kontrolliert Ulgo die Käfer auf irgendeine Art? Genau das würde ich zu gern wissen. Ich wurde zur Forschungskommandantin ernannt, um den Schwachpunkt der Killix zu finden. Aber ich brauche jemanden, der ins Feindgebiet vordringt. Wenn ihr ein lebendes Exemplar fangen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, wie Ulgo das Nest zum Angriff veranlasst und das alles hier beenden. Erzählt mir von eurem Plan. Killix können Gefangene in ihr kollektives Bewusstsein aufnehmen. Die Opfer nennen sich Verbundene. Ihr müsst ins Killix-Gebiet eindringen, einen Verbundenen überwältigen und ihn zum Verhör herbringen. Dieses Beruhigungsmittel wird ihn gefügig machen. Wir sollten sofort loslegen. Wir verlieren diesen Kampf. Wenn wir das Killix-Problem nicht schnell in den Griff bekommen, werden wir hier überrannt. Ihr seid unsere größte Hoffnung. Und eine zweite Chance werden wir nicht bekommen. Dann haben wir noch den hier. Jedi, ihr seid gekommen. Den Gründern sei Dank. Es ist einfach barbarisch. Ich bin Alec Teral, vom Haus Teral. Wir haben nicht weit von hier eine Enklave. Friedlich und abgelegen. Ein Ort des Studiums. Dann haben die Killix uns gefunden. Sie krochen durch Türen, Fenster und Wände. Die Enklave wurde völlig zerstört. Gibt es Wunden zu versorgen? Wir sind mit ihrem Schmutz besudelt. Und ich hätte mir beim Weglaufen beinahe den Knöchel verstaucht. Wir hatten nur ein paar Insektizidminen da. Aber es gab keine Warnung und wir hatten keine Zeit, sie einzusetzen. Brinn, unser Gärtner, versuchte trotzdem, sie abzulenken. Die Killix haben nicht viel von ihm übrig gelassen. Verfolgen sie die Überlebenden? Euch zum Beispiel? Was sie wollten, haben sie jetzt. Wahrscheinlich schlafen sie in unseren Betten und legen Eier im Speisesaal. Wir können das Haus Teral nicht einfach im Stich lassen. Wir müssen retten, was wir können, bevor die Killix sich darauf stürzen. Oder das Imperium. Aber wir sind keine Soldaten. Diese Insektizidminen sind unsere einzige Waffe. Aber sie liegen immer noch in der Enklave bei diesen Krabbelfiechern. Auf mein Wort. Es wird geschehen. Die Insektizidminen sollten sich leicht aktivieren lassen. Wenn das geschieht, haben wir eine Chance. Seht euch vor. Diese Viecher wissen gar nicht, was es heißt, sich zu ergeben. Tötet es, bevor es Eier legt. Den Satz kennt man eigentlich ganz gut. Tötet es, bevor es Eier legt.